Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde zu Bidos Gate. Siege of Dragonspear. Hm, sieht da oben interessant aus auf der Weltkarte. Seht ihr das? Hm. Wird's nebelig? Ah, es wird nebelig, dass hier's Nebel aufzieht. Okay, Weltkarte, wir sind immer noch am Küstenübergang. Wir müssen zum Koalitionslager rüberkommen. Ist hier noch irgendwas? Mein gestohlenes Vermögens, Gießkurs und Plan. Beunruhigende Verwicklungen. Ja. Nach einem alten Bartempel Ausschau halten. Erstmal gehe ich jetzt in die Grabstätte der Zwerge und guck mal, was ich da drin noch finde, außer Zombies. Okay, sie ist etwas größer. Ich hoffe, es hat nur eine Etage. Haltet sie zurück. Es sind zu viele von ihnen. Wir haben nicht die Macht, sie aufzuhalten. Wenn wir sie nicht aufhalten können, dann werden sie, dann werden wir uns einen Sitz an Dumatons Tisch verdienen. Pass auf eure Rückseite auf. Wir sind ja auch hinter uns. Haltet ein, mein Schwert ist in der Scheide. Ich bin nicht euer Feind. Habt keine Angst, mein Freund. Der Held von Baldur's Tor ist hier, um euch zu helfen. Wenn ich euch etwas Böses wollte, dann wärt ihr nicht lange genug am Leben geblieben, um diese Worte zu sprechen. Sind wir mal eitel. Nehmen wir die zwei. Ihr solltet wissen, dass der Held von Baldur's Tor nicht für uns alle spricht. Wenn ihr gute Absichten und Ehre besitzt. Eher Mann, dann steht an unserer Seite gegen diese Welle der Finsternis. Wer hier herausfinden will, was hier geschehen ist, muss ich den Zwergen im Kampf gegen die Untoten helfen. Das ist das, was hier passiert. ist Tiefader. Bruder Auchlin Tiefader vom Talhund Orden Dumatoils geheimen Schimmers. Oder dem, was davon noch übrig ist. Ach, ich sollte mich nicht beschweren. Schließlich hätte keiner von uns ohne eure Hilfe überlebt. Ich habe ja jemanden wie euch schon einmal getroffen. Ein Daran Hochhammer außerhalb der Höhle. Gurn Kaltherd fällt und der Feigling ist noch am Leben. Ich frage euch, wo ist das gerecht? Er sollte die Bestien von uns fernhalten. Das war seine Aufgabe. Ach, nun, wenn ihr ihn seht, sagt ihm, dass er seinen verdammten hinterher bewegen und uns helfen soll. Erzählt mir von diesem Kaltherd. Bei den Gnaden Dumatoils und dem Gold meines Freudes. Gurn Kaltherd. Ach, Gurn, verzeiht mir. Er glaubte an mich. Ich sagte ihm, der Hüter habe mir eine Vision von einer Erzader geschickt, die mit diesem Boden fließt. Eine, die ich zu Ketten schmieden könnte, um mich für alle Zeiten an Dumatoil zu binden. Er zögerte er erzögerte er keinen Augenblick, holte seine Truhe heraus und sagte, wie viel brauchst du, um sie zu finden, Auklin? Ich nehme an, ihr habt das Erz nicht gefunden. Dumatoil ist nicht nur der Gott des Bergbaus und der unterirdischen Erkundung, sondern auch der Wächter der toten Zwerge, oder? Für euch mag eine endlose Faszination davon ausgehen, dem Dreck zu graben. Doch mir bedeutet es, nichts verschwindet. Nehmen wir mal die zwei. Ihr seid weise. Dumatoil ist der Wächter der Toten, aber die dunkle Macht, die wir tief unten aufgeweckt haben, kümmert das nicht. Wir haben Tunnel um Tunnel gegraben und sind jetzt endlich auch auf etwas gestoßen, aber es war kein Erz. Das war ein Raum voller Bücher. Bücher und Monster, gegen die ihr uns kämpfen seid. Ihr habt euch in einen anderen Höhenkomplex gegraben und dieses Mal Wahrer bewohnt. Bücher sagt ihr, die würde ich gerne sehen. Ich habe genug von diesen Geschichten gehört, mehr als genug, um die Wahrheit zu sagen. Bücher sagt ihr, die würde ich gerne sehen. Ich möchte so gerne meinen Kaltherd wiedersehen, doch ein Meer der wandelnden Ton liegt zwischen uns und unserem Ziel. Meine Gefährten und ich brauchen Zeit und Ruhe, um uns zu erholen. Sobald wir uns wieder einsatzbereit sind, gehen wir zurück in die Höhlen. Der Linken geht es halt zu dieser Monster und suchen uns Körper. Ich werde nicht ohne ihn zurückkehren. Bleibt hier und passt auf, dass kein Untruder hinkommt. Ich gehe in die Höhlen und suche nach eurem Freund. Es wird nicht leicht sein, ihn oder das, was wir ihm übrig gibt, die müsste zu finden. Und je länger ihr wartet, desto schwieriger wird diese Aufgabe. Wenn ich seinen Leichtamt finde, werde ich ihn euch bringen. Da geht ihr also tiefer in die Höhlen. Viel Glück dabei. Ihr werdet ihn da Finsternis dort drinnen brauchen. Ihr werdet ihn in der Finsternis dort drinnen brauchen. Wir bleiben so lange hier und passen auf, dass keiner dieser untoten Bestien dort dort verlässt. Ich könnte Kaltherdüberreste für die Zwerge finden. Ja. Gucken wir aber erstmal, was wir hier gefunden haben. Ah, das sieht sehr interessant aus. Aber ein nettes Hüt aus der Geheimnisse unter dem Berge. Okay. Ich versinke in Erinnerungen an Orten wie diesen. Höchst unfreundliche Erinnerungen. Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Noch mehr Zeug. Oh, Heiltränke. Gruftschrecken und ein Seemal. Seemal verletzt euch jetzt. Lasst ihn uns ordentlich verdreschen. Ihr, ihr rettet Seemal. Ihr schiebt mir Rettung zu brauchen. So ist es. Werde ich es bereuen? Es war offensichtlich, dass ihr euch nicht selbst retten könnt. Schiebt ihr euch nicht, Bestien? So ist es. Werde ich es bereuen? Alle kleinen Freunde von Seemal tot. Seemal ist jetzt ganz allein. Kleine Freunde, meint die Zwerge. Sie sind nicht alle tot, Seemal. Ich habe am Eingang der Höhle mit einem namens Auklin gesprochen. Vielleicht nicht an einem, nicht an so einem Ort, Seemal. Ihr seid so freundlich, um eure Zeit in solcher Dunkelheit zu fristen. Suchen auf euresgleichen. Vielleicht findet ihr etwas Frieden. Alle Dinge sterben. Auch ihr, wenn ihr mir nicht aus den Augen geht. Nehmen wir die 1. Sie sind am Leben. Seemals Freunde sind am Leben. Oh, Seemal gehen sofort zu Ihnen. Danke, Junge. Danke von Seemal. Ein freundlicher Riese. So etwas habe ich auch noch nie gesehen. Ich sollte den Zwergen vor dem Riesen erzählen. Ein grüner Edelsteiner vor Oroschem Hinkaggrund kennzeichnet den Besitzer dieses Banners als einen Anhänger des Zwergengottes Dumatoyen. Die Truhe unterliegt einem Schutzzauber und kann nur mit einem besonderer Schlüssel geöffnet werden. In die Metallplatte über dem Schloss ist das Bild eines Zwerges mit der im Juwel besitzen Teuch in der Hand eingehenzt. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Ziemliches Sicherheitsschloss. Was Seemal stirbt? Okay. Ihr seid zurück. Was habt ihr gefunden? In deinem Zeichen von Gorn Kaltheart? Kaltheart? Nein, in der Höhle. Dort drüben gab es einen Riesen, aber fehlt den Untoten zum Opfer. Wird es Seemal gefallen? Nachher hätte Wesseres verdient gehabt. Der Arme, dämliche Trottel. Schon gut, schon gut. Reißt euch. Reißt euch einfach zusammen. Auch den Seemal ist tot. Es gibt nichts, was man tun könnte. Ich meine, ihr sagt mir, habt ihr irgendwelche Anzeichen von Gorn Kaltheart gesehen? Nichts, aber ich suche weiter. Ich danke euch. Ich danke euch für eure Mühen. Wenn sich irgendwas ergibt, dann lasst es mich wissen. In Ordnung? Ja, ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Dank der Lebenskraft. Okay. Achtung, meine Güte. Bei Cold. Äh. Viel zu viele Arskriecher. Auch noch mutierte Arskriecher. Okay. Ähm. Infravisionstrank. Gegen Gif. Das ist ein Trank der Lebenskraft. Stank der Lebenskraft. Stationstrank. So, das da rein. Gut. Noch mehr Zeug. Sind da noch mehr Tränke drin? Nein, nur Kugeln. Und ein Haltrank, der... Ja, trüb ist. Also, schon kaputt. Ist da vielleicht ein Deuch drin? Nee. Nur ein bisschen normale Ausrüstung. Und hier war, glaube ich, das... Verlassenes Lager, Zwergenkleriker. Mhm. Gucken wir mal in der Richtung weiter. So. Ah, Jungs. Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich vergeschen. Lasst sie uns ordentlich vergeschen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Yes, dear. So, ein Ring. Worum, wie ihr wünscht. Es ist ein bisschen komisch, dass die... dass manche Deutsch und manche Englisch sprechen. Kältegruftschrecken, okay. Lasst sie uns ordentlich vergeschen. Ha! My ape fight if you must, but you're not winning this. My mate will end me. Lasst sie uns ordentlich vergeschen. Die Schrift rollt halt ewig mal auf, wenn ich näherer wieder finde. Okay, fallen. Fallen sie nicht gut. Ja, ich werde. Was ist besser? Ja, ich werde. Right. Wieder im Grunde einen Quicksafe zwischen den zu machen. Okay, sie ist in der Falle getappt. Schön. Ach du meine Güte. Wer hat die eingeladen? Okay, unser Vater ist ein bisschen verwirrt. Sie leidet jetzt halt gerade unter... Ja, ist verwirrt. Au. Kann sie langsam mal aufhören verwirrt zu sein? Ja, Gott sei Dank.